Corona, diese Pandemie, ist eine Gesundheitskrise. Aber aus dieser Gesundheitskrise hat sich auch eine Wirtschaftskrise ergeben. Überall in Europa geht die wirtschaftliche Entwicklung zurück. Die Menschen haben nicht nur Sorgen gehabt um die Gesundheit ihrer Familien, Freunde, sondern auch um die eigene wirtschaftliche Existenz. Arbeitsplätze sind gefährdet. Betriebe können in die Pleite gehen, obwohl sie eigentlich vor der Pandemie gesund waren. Und wir haben Defizite bei der Wettbewerbsfähigkeit und in der Infrastruktur. Die gab es vor Corona schon, aber die sind jetzt umso deutlicher zutage getreten. Also muss etwas getan werden. In Deutschland brauchen wir ein Wachstumspaket. Und auch auf der europäischen Ebene brauchen wir Solidarität und Unterstützung. Eine Reihe von Vorschlägen sind jetzt in die Debatte eingebracht worden. Den ersten Aufschlag gemacht haben die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident. Beide haben vorgeschlagen, 500 Milliarden Euro zu mobilisieren. Warum genau 500 Milliarden? Und das Geld sollte ohne Auflagen als Zuschuss, als Transfer in Mitgliedstaaten der Europäischen Union fließen, die von der Pandemie betroffen sind. Da gab es sofort einen Gegenvorschlag, der sparsamen Vier. Das sind die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Die haben zunächst in Frage gestellt, warum eigentlich 500 Milliarden? Es muss doch das getan werden, was nötig ist. Aber man braucht keine symbolisch hohe Zahl. Die haben zum zweiten Auflagen ins Spiel gebracht. Also wer Geld erhält, der soll etwa auch Reformauflagen erfüllen, eine Gegenleistung erbringen. Und die wollten vor allen Dingen, dass es keine gemeinsamen Schulden in Europa gibt, sondern dass die jetzt dann fließenden Mittel zurückgezahlt werden müssen. Das sind Vorstellungen, die uns als deutschen Liberalen ordnungspolitisch durchaus sympathisch sind. Und dann zuletzt die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem 750 Milliarden Euro Programm. 500 Milliarden Euro, wie Frau Merkel und Herr Macron vorgeschlagen haben, sollen nicht zurückgezahlt werden. 250 Milliarden Euro, das sollen Darlehen sein. Insgesamt soll dieses Paket über viele Jahrzehnte mit europäischen Anleihen finanziert und dann auch getilgt werden. Wir werden uns diese unterschiedlichen Vorschläge anschauen. Meine Erwartung ist, dass in der Reihenform eigentlich keiner umgesetzt werden wird. Für unsere Entscheidung, wie wir uns dazu positionieren, ist die Frage entscheidend, gibt es eine Sicherung dafür, dass wir nicht doch jetzt dauerhaft veränderte Regeln in der Europäischen Union bekommen und der europäische Haushalt mit Schulden finanziert wird. Das wollen wir nicht. Es muss eine einmalige Maßnahme sein. Zum Zweiten halten wir Bedingungen, unter denen das Geld fließt, für sinnvoll, weil sonst vielleicht nur Konsum, vielleicht nur Wahlkampf finanziert wird, Wahlkampfversprechen finanziert werden. Zum Dritten sind unsere realwirtschaftlichen Investitionen in konkrete Arbeitsplätze, neue Unternehmen und Technologien lieber als Hilfen in die öffentlichen Budgets. Die Frage der Rückzahlung, mindestens teilweise Rückzahlung von Zuschüssen, hätte eine disziplinierende Wirkung und wäre auch ökonomisch klug. An diesen Fragen werden wir unsere Positionierung festmachen. Die könnte eine Rolle spielen, weil nach unserer Auffassung bei einem solchen Programm, einem solchen Schritt, solchen Veränderungen der europäischen Regeln der Deutsche Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmen müsste. Da wären wir dann also auch mitgefragt. Also für uns keine leichte Entscheidung, denn wir wollen die europäische Solidarität. Wir wissen, Deutschland kann nicht alleine entscheiden, zumal nicht in Deutschland die FDP alleine. Aber wir haben auch ordnungspolitische Grundprinzipien, die wir nicht aufgeben wollen. Und genau zwischen diesen beiden Positionen, einerseits klar proeuropäisch, andererseits wirtschaftlich vernünftig, orientiert an Fragen auch der finanzpolitischen Eigenverantwortung. Da werden wir uns entscheiden. Es werden spannende Wochen, wo darüber debattiert wird.